Es gibt wieder mal ein kleines bisschen Information für den RPG Maker MZ. Ja, aber wieder nur ein kleines bisschen. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und endlich ist der Release Termin und der Preis bekannt. Yay! Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, zunächst möchte ich euch nochmal für die nächsten Abonnentenmeilensteine danken. Wir haben jetzt 1780 Abonnenten. Yay! Ähm, wir haben wieder 10 Abonnenten mehr und es geht langsam voran. Also vielleicht schaffen wir wirklich die 2000 noch dieses Jahr, wäre ziemlich cool. Und ich möchte euch nochmal auf mein RPG Maker MZ Gewinnspiel hinweisen. Hier könnt ihr den RPG Maker MZ gewinnen. Den bekommt ihr dann pünktlich zum Release-Datum, also zum Release-Tag. Und dann dementsprechend kostenlos, wenn ihr denn gewinnt. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, so einfach. Aber mitmachen kostet nichts. Ihr könnt auf jeden Fall mal mitmachen. Klickt auf das Video in meinem Kanal und schaut euch das Ganze wenigstens mal an. Gebt dem Ganzen eine Chance. Das wäre ziemlich cool. Danke im Voraus. Ein paar Leute haben sogar schon was eingereicht, tatsächlich. Und wollen tatsächlich schon mitmachen. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. So, gut. Kommen wir jetzt zum RPG Maker MZ zurück. Wobei, wir waren ja noch da. Hat sich ja nie geändert gehabt. So, wir gehen gleich zum wichtigsten Thema. Zum Release-Datum und zum Preis. Und der ist ganz unten. So, da haben wir es. Ähm, der 20. August 2020. Naja gut, dass es dieses Jahr wird, war ja zu erwarten. Es wurde ja schon gesagt, Sommer 2020. Wäre ja auch verrückt, wenn das nicht mehr dieses Jahr rauskommen würde. Ähm, der 20. August ist noch ein guter Monat. Wir haben jetzt den 16. Juli. Ist noch ein guter Monat. Also ein bisschen mehr als ein Monat. Hm, ja. Kann man nichts ändern. Ist halt so. Preis, habe ich gesagt, wird wahrscheinlich 75 bis 80 Euro. Habe ich mit 75, äh, mit 80 Dollar, ähm, relativ gut geschätzt. Also, ja, 80 Euro wird es wahrscheinlich kosten. Ähm, auf Steam ist es tatsächlich noch nicht, ähm, verfügbar. Hier steht aber bereits dann auch schon das Veröffentlichungsdatum der 20. August. Aber verfügbar ist es tatsächlich noch nicht. Noch kann man es nicht vorbestellen. Vielleicht ändert sich das noch in den nächsten Tagen oder Wochen. Ich habe keine Ahnung, aber naja, egal. So, dann kommen wir zu den anderen Neuerungen. Auf jeden Fall, wie gesagt, am 20. August bekommt ihr dann auch, wenn ihr das Gewinnspiel gewinnt, was am 2. August endet, bekommt ihr dann, 2. August war richtig, oder? Ich gucke nochmal lieber, bevor ich hier was Falsches sage. Ja, 2. August, genau. Dann bekommt ihr pünktlich am 20. August den RPG Maker im Set von mir, falls ihr gewinnt. So, kommen wir zu den anderen, ähm, Themen. Eventliste hatten wir bereits besprochen, ähm, Leak-Video. Nichts Besonderes, können wir einfach überspringen. Auto-Save hatten wir auch besprochen, brauchen wir auch nicht weiter besprechen. Ähm, Titlescreen, ähm, also der Startbildschirm, der Titelbildschirm. Ähm, dass man jetzt hier das Command-Window verschieben kann. Hm, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ich kann euch das Ganze ja mal kurz mal demonstrieren, wie das jetzt irgendwie aussieht. Ähm, da muss ich mal kurz mein Plugin hier ausschalten. Das war natürlich der falsche Button. Na komm, mein Skip-Titlescreen-Plugin, was ich hier drin habe in dem Projekt. Ich habe leider das falsche Projekt offen, um das jetzt zu demonstrieren, aber ich konnte das Plugin ja deaktivieren. Das ist ja nicht das Problem. So, und genau. Und dieses kleine Command-Window hier, ähm, dass man das verschieben kann, dass das nicht unbedingt an dieser Position hier ist, sondern vielleicht hier rechts oben oder rechts unten oder links, damit das halt, ähm, vielleicht das Hintergrundbild, was man ausgewählt hat, beziehungsweise welches man selbst gemalt hat, nicht verdeckt oder ungünstig verdeckt. Sagen wir es mal so. Ist eine gute Option. Nice to have, kann man machen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber, ja, ist eine coole Sache. Ähm, Item-Kategorien kann man jetzt deaktivieren. Das ist auch eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ähm, im Item-Menü, ähm, ja, macht, ja, macht Sinn, aber, ob man das jetzt braucht, sei dahingestellt, aber es ist nice to have, wie bereits gesagt, nice to have. Advanced Settings hatten wir bereits besprochen. Eine Sache hatten wir aber noch nicht besprochen, ähm, im Leak-Video, nämlich die Game-ID, auf die will ich nachher nochmal eingehen. Ähm, das ist mir nämlich beim Leak-Video schon aufgefallen, aber da wollte ich es noch nicht ansprechen. Ähm, diesmal werden wir es aber ansprechen, aber dazu steht auch keine Information hier. Also, da ist noch ein bisschen ein Geheimnis drum. Wollen wir mal schauen. Ähm, da werde ich auf jeden Fall meine Idee dazu ansprechen und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Idee haltet, wofür das gut sein soll. Und, ähm, ihr könnt auch, ähm, ihr könnt auch natürlich dementsprechend dann, ähm, eigene Denkansätze reinschreiben in die Kommentare, weil ich bin wirklich gespannt, was ihr denkt, wofür das gut sein soll, weil ich hab nämlich echt nicht so viel Ahnung. Nein, wirklich nicht, aber egal. So, ähm, ja, dass die Menüs jetzt auf Maus-Input optimiert sind, ja, hatten wir auch schon durchgesprochen. Ähm, ja, finde ich auch, hm, hätte schon im MV drin sein sollen, finde ich jetzt, ja, fragwürdig, warum das nicht bereits im MV drin war. Aber, naja, okay, gut, nichts Besonderes, eigentlich das Wichtigste war wirklich der Preis und das Datum. Deswegen hab ich das Ganze jetzt auch in sechs Minuten einfach mal durchgesprochen alles. Ähm, und hab eigentlich meistens gesagt, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Ja, wie gesagt, also ich bin wirklich nicht begeistert von dem Marketing vom MV, das kann ich nicht häufig genug sagen, aber dafür können auch die Leute von RPGmakerweb.com nichts. Das kriegen die sicherlich von Japan aus diktiert und da ist Kadokawa schuld, ähm, der Konzern, der den RPGmaker auch ausbringt. Ich denke mal, die sind daran schuld und, naja, ich hoffe mal, dass vielleicht irgendwann mal wieder ein cooler Trailer kommt. Das wäre ja mal nicht schlecht. Ähm, naja, mal schauen. Vielleicht kommt nächste Woche ja mal endlich ein cooler Trailer, weil der letzte Trailer war, hm, naja, nicht so besonders. Okay, gut, kommen wir jetzt zur GameID. Wie gesagt, bitte schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wofür das gut sein soll, weil GameID macht für mich keinen Sinn. Das gibt's einfach nicht im RPGmaker-MV. Wenn ich hier auf den Systemreiter gehe, das gibt es nicht. Das macht auch gar keinen Sinn für mich persönlich. Wozu soll eine GameID sinnvoll sein? Und die einzige Schlussfolgerung, auf die ich gekommen bin, dass das eine Identifikationsnummer ist, logischerweise, ID, um das Spiel eindeutig zu identifizieren. Das ist klar. Aber wofür soll das gut sein? Und die einzige sinnvolle Anwendung wäre tatsächlich irgendein Online-Service. Aber RPGmaker und Online kann ich mir einfach im Grunde irgendwie nicht ganz vorstellen. Ich hab keine Ahnung, wirklich nicht, wofür das genau gut sein soll. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht tatsächlich eine Art Download-Plattform machen wollen für RPGmaker-Spiele. So eine Art Steam für RPGmaker-Spiele. Hier, ähm, sowas hier. Steam halt, kennt man ja. Ähm, und das könnte ich mir vorstellen, aber halte ich für sehr, sehr gewagt. Also für sehr, 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 sehr gewagt, diese These. Deswegen hab ich's auch beim, ähm, Leak-Video nicht angesprochen. Aber dadurch, dass es wiederzusehen ist und, verdammt nochmal, wieder keine Information darüber zu finden ist, wollte ich's dann doch mal ansprechen, um rauszufinden, was ihr denkt, wofür das gut sein soll. Weil ich hab nämlich tatsächlich keine Ahnung. Weil rein technisch braucht man das ja eigentlich nicht. Es sei denn, man hat irgendeinen Online-Service wie irgendwelche, ähm, hier Leaderboards oder so. Also Ranglisten, Online-Ranglisten oder so. Da macht das ja alles Sinn. Aber ich glaube nicht, dass die solchen Service anbieten. Vor allem macht das bei RPGmaker-Spielen ja rein vom Prinzip ja eigentlich nicht so viel Sinn. Ein Leaderboard. Was soll denn da drinstehen? Wie viel Gold die eingesammelt haben? Oder wie viele Erfahrungspunkte? Oder wie schnell sie das Spiel durchgespielt haben? Macht keinen wirklichen Sinn, bei einem RPGmaker-Spiel ein Leaderboard zu machen. Ähm, dementsprechend, ich hab keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Echt nicht. Ähm, wie gesagt, es muss ja eigentlich vom Prinzip her eigentlich dazu da sein, um das Spiel eindeutig zu identifizieren. Und das macht eigentlich wirklich nur bei Online-Service Sinn. Also, hm, ja. Kann ich mir nicht erklären. Wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Was ich auch merkwürdig finde, dass das Feld editierbar ist. Also man kann ja eine eigene Nummer reinschreiben. Vielleicht hat das auch was mit dem Forum zu tun. Dass man hier in dem Forum irgendwie dann identifizieren kann die Spiele. Und dann kriegt man irgendwie, ich hab keine Ahnung, wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Muss ich jetzt an der Stelle wirklich sagen. Ähm, im allerersten Moment dachte ich vielleicht, dass es, ähm, dass man da vielleicht die Identifikationsnummer für den Play Store eingibt. Für die Google Play Store. Ähm, aber die sieht völlig anders aus. Ist mir dann aufgefallen. Also ich hab das mal verglichen. Ähm, die ist, glaube ich, deutlich, 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 deutlich länger. Und, ähm, glaube ich, da sind sogar Buchstaben mit drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, aber auf jeden Fall ist sie deutlich länger. Ähm, klickt. Dass dann tatsächlich auch wirklich die APK ausgespuckt wird. Aber, dann ist mir, wie gesagt, aufgefallen, dass das keinen Sinn macht. Weil die, ähm, erstens würde es keinen Sinn machen, weil dann wäre ja Apple ausgeschlossen. Und, ich weiß tatsächlich nicht, wie die IDs bei Apple aussehen. Ähm, und wie das überhaupt funktioniert, ähm, Apple Apps zu machen. Also hier für iOS. Ähm, Verzeihung. Also wie gesagt, ich bin da, ja, macht für mich nur wegen Online-Service Sinn. Oder halt für einen Shop. Also so eine Art Steam. Also Download-Plattform auf gut Deutsch. Alles andere würde für mich kein Sinn machen. Das sind die einzigen beiden, ähm, Punkte, die mir in den Sinn gekommen sind. Und Playstore habe ich bereits ausgeschlossen. Ähm, hm, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob Steam irgendwelche Game-IDs hat. Dass es vielleicht, ähm, direkt die Game-ID von Steam ist. Aber, hm, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Also, ob man da direkt die Game-ID von Steam eintragen kann. Und dann kann man es vielleicht direkt bei Steam hochladen. Aus dem Maker heraus. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Also, wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Wofür das gut sein könnte unter Umständen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, vielleicht gibt es auch schon andere Gerüchte im Internet, die ich jetzt nicht gefunden habe. Ich habe auch nicht aktiv danach gesucht, um sich jetzt an der Stelle ehrlich zu geben. Gut, das war es soweit von mir. Lange genug geschnackt. Ähm, 50% des Videos nur über die Game-ID geredet. Das ist nämlich das einzige große Fragezeichen, was ich eigentlich noch, ähm, beim MZ über meinem Kopf schreitze. Alles andere ist ja eigentlich relativ bekannt. Muss man jetzt an der Stelle wirklich sagen. Also die Game-ID, keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Also, ja. Gut. Ähm, ja. Das war es dann soweit von mir. Ähm, Link ist, wie gesagt, wie immer, ähm, in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch den Artikel nochmal selber durchlesen. Ist aber, also wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt, ist da jetzt eigentlich nicht wirklich viel Neues dabei, außer halt Release-Datum und Preis. Ansonsten ist da nicht wirklich viel Neues dabei. Ich glaube, in Item-Kategorien ist das einzige Neue, was, ähm, noch drinnen wäre. Ähm, ansonsten, ansonsten war alles schon im Leak-Video, glaube ich, drinnen. So, gut. Das war's dann. Tschüssi, Li. Und ich streame dann am Wochenende wieder am Samstag um 21 Uhr und am Sonntag dann um 15 Uhr, wenn alles klappt. Also, es kann immer was dazwischen kommen. Nagelt mich bitte nicht fest, auch, äh, nicht auf die Zeit. Es kann auch mal sein, dass ich eine halbe Stunde später anfange oder mal fünf Minuten eher. Also, nagelt mich dann jetzt nicht drauf fest. Ähm, es kommt, wie es kommt. Okay, Leute. Also, Tschüssi, Li. Und habt viel Spaß noch und macht bitte bei dem Gewinnspiel mit. Das findet ihr in meinem Kanal. Wie gesagt, ähm, kostet euch nichts, da mitzumachen und ist auch nicht schwer. Also, das werdet ihr schon hinkriegen. Gut. Das war's. Bis zum Wochenende, äh. Ich hoffe, ihr seid live dabei bei meinen Streams. Tschüssi, Li. Hab euch lieb. Knuff. Okay, ich bin bekloppt. Ich bin sehr bekloppt. Ich bin weg. Tschüss.